Hi, Servus Leute! Was wir nicht machen darf, ist unter seinen Heck laufen. Da schlägt er zu. So. Mach jeder, ja? Weg doch! Geh doch! Ja, aber das Gros... Ach doch, hier liegt's. Ah, ich dachte schon. Aber leider keine Schockgun. Du brauchst jetzt keine mittlere Munition, oder? Nee. Dann nehme ich die M4. Ich bin überlegen, ob ich jetzt die Tekken 9 nehme. Dann hätte ich halt zweimal die gleiche Muni. Und wenn der leer ist, dann habe ich ein Problem. Oder ich nehme noch den Bogen. Oh, wir haben mehr Geld. Das heißt, der Bogen ist anscheinend schlechter. Aber der hat genauer Ehrlichkeit, Reichwert und Schlagkraft um einiges mehr. Nur Handhabung und Beweglichkeit halt. Ich glaube, ich würde den Bogen nehmen. Oh, das ist diesmal echt teuer. Der andere war billiger. Aber wir haben 4300 diesmal. Ich auch. Dann kaufe ich schon mal Verbesserung offensiver Gegenstand. Soll ich das kaufen? Ja. Bestimmt. Ja, in HP und der Aussage kaufe ich auch. Dann kaufe ich mir auch wieder eine Rohrbombe. Ja. Kann auch noch mal ein paar Menschen auslösen. D, wie. fueledische Munition des Dienstes wäre auch nicht schlecht, oder? Wir hatten ja ein bisschen Probleme. das war ein fehler ich würde mir das magazin runter machen also ich würde gerne das magazin hier haben und die pistole und die pistole? wir müssen mal angucken nachladegeschwindigkeit und kugelstaubern so vielleicht du besser nehm das jetzt der wechselt immer auf den zweiten und dann zu dem ersten zurück so das magazin hast du gesagt magazin größe und kugelstaubern ist besser ich hab meins bin zufrieden kugelstaubern ist besser ja und ich will auch niemand das andere magazin kaufen oder? auch tu ich es runter ja sieht so aus und dieses ähm hat jemand das ACOG den schwachpunktschaden wieder dabei? äh ne ich hab ein bisschen anders also ich hab das higher das hohe zoom suche das hat auch 15 schwachpunkte aber ist halt im fachvergrößerung das hab ich auch ja ihr fachvergrößerung? das was hier drin ist oder was? ne äh doch ja ja habt ihr das gekauft oder was? ne das war da drauf achso weil ich hab auf beiden waffen ja dann das falsche visier wenn ich schwachpunktschaden haben will ja bekomm ich nur runter indem ich auch eins kauf ja und dann kann sich einer entscheiden ob er das haben will was ich da fallen das ja also kauf ich erstmal auf die bessere waffe das ding also dass mir das bessere ding erstmal runterfällt ja kauf ich jetzt so so dürft euch drum streiten jetzt sind auf 9p ist das echt besser Jonas aber wenn du es nicht willst nehme ich sage ich nehme es gerne das ist für mich ok so und dann ja du kriegst ja das andere von mir ist halt nicht ganz so gut unter dieser tür wird es wieder heiß ja ne ich hab immer noch also ich halte das ist das hier also ich wollte es eh nicht so ganz also jetzt genommens ja von der optik und der handhabung hätte ich sie beide behalten mir gefällt das rotpunktvisier immer besser wie das hier aber den schwachpunktschaden haben wir bei dem gegner auf jeden fall gebraucht ja auf jeden fall ihr habt munition gekauft den ganzen spaß ja nur schnell platzern natürlich den kaufen aber auch noch ja weil die defies haben wir ja gebraucht das heißt wir kaufen jetzt alle defies voll ne ja ja ich hab noch ewig viel geld also erstmal die rüstungen und die pellen gehörter auffüllen ne ja ja ich hab jetzt noch ich hab jetzt noch 600 das reicht locker hier bitte ich bin die anti dieben aber ich gebe zu seid alle anders gerüstet alles läuft voll ja ich bin ready ja wie viel geld hat jetzt noch 552 ich hab noch 740 ja wir hatten ich glaub wir sind erstens 4 ja 4 3 hatten wir alle also wir hatten ob alle 400 mehr also 1200 ja hier nimmst die mal wieder falls du eine karte findest dass du liquide bist ähm munition bin ich nicht voll die kaufe ich jetzt nach ey warte 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 hier liegt was hier liegt was hat jemand getroppt ja zweimal super also einmal alles nehme ich da bin ich jetzt voll das ist gut und die andere munition da fehlen nur 12 Schuss das ist ok jetzt sind wir schon bereit ne ja und haben Kohleweber ja kann man das anlegen irgendwo das wär schön hat sich die gleiche Ecke oder Ecken hat geklappt ne ja ne ne er wills jetzt eh schon spät denn wir können doch kaufen glaub ich ok Fingerbag was bist du politiker wir nähern uns jetzt der kreatur Gott hier gibt es unzählige Truppeln immer sind wir und direkt das Schild weg ah jetzt die Schild weg ich schieße mit dem Bogen als ich muss wirklich klein ok ich bin jetzt in die Waffe ich werde den Thaler ich muss sagen war vielleicht echt langsam nach und hat nur 19 schon sie direkt weg sind und davon profitieren und stellen ich finde ich nicht ich hab nicht so viel gebracht hat es reingehauen ich werde hier auch vermittelt das war ein schild bei mir hier oben oben ist auch nicht schlecht, wenn wir uns auf die Flasen fahren Ich hab ihn nicht Ich hab ihn nicht Ich hab ihn nicht Aber wie schießt du auf heute, ne? Gieß mal? Ich lade nach Lade immer noch nach Hat nichts getroffen, wird's gut? Ne, Schilder hat's getroffen Achso Geht da nachher? Ja Schlade nach, dann geh zur nächsten Position Ja, ich folge dir Die ist mit weg Jetzt schlag ich Ich glaub ich hab sie direkt gebreit Alle fallen von hier oben runter Bekommt so viel Schaden jetzt da Weiß nicht, warum das nicht Weil du zwischendurch auf den mit geschossen hast Wenn mir wird hochgeholt Also als dann welche Karten war, bin ich ja da Also als dann welche Karten war, bin ich ja da Ich schieß weiter auf den Ja Ja Na dann na Wurde aufgehoben Wurde aufgehoben Boah, da schließt ein Zeigtrad noch mal Boah, jetzt hab ich noch richtig kassiert, ey Boah Boah Okay, ich geb dir mal deine kostenlose Heilung Danke, Doc So Das nehmen Ich bin jetzt drei Muni-Kisten oder so Ich frag mich wieso Ich hab das richtige Kind drin Woher ist noch eine kostenlose Harte? Ich hab noch so ein rotes Plus laufen Hattest du eine negative Auswirkung? Äh, weiß es nicht Weiß ich ganz nicht Jetzt ist das Plus weg Was ist reingefallen? Was ist reingefallen? Was ist hier denn wieder seine Munition? Ja Ich bin voll Ups, ich auch Ich auch Ich auch Liegt nix mehr rum, ne? Kannst du noch Chor heilen? Ne Pala heilen Und Pala kann ich nicht heilen Pala ist reingefallen Pala kann ich nicht nur kostenlos heilen und Chor auch nicht Hier sollte man nicht mit einer offenen Wohnung Warte mal Keine Medizin hier Ne Das waren jetzt zwei Muni-Boxen oder so Ja Ich würde dir einfach ein Medizindings geben Mach ne Mp Check ne Mp Ja Aber die ist ein bisschen kaputt Ja Ich glaub ich nehm die tatsächlich Warte mal Ups Ziel damit woanders hin Ziel damit woanders hin Ja die lädt viel schneller nach Ist wichtig allerdings Also mit der ich schieß 19 Kugeln innerhalb von 2 Sekunden draus und lad dann 3 Sekunden nach Es war grad Ok und was ist deine Secondary? Bogen Ah ok Ist die Frage ob ich Warte Wollte ich entschieden hast Machen los ne? Ja ne ich den Bogen Ok Weiter Äh dann Oder oder Ich geb dir ja Ich geb dir da unten direkt einmal halt noch kurz Das ist schon Zack Oh Ok were du wirst geheilt Ich fahr da jetzt auch Ja ist viel besser Wir suchen schneller nach Du bist mit dem fetten Gewinner aufsegens weil er das Maul aufmacht Ja Munizium muss es einfach weischen Das wird besser Ja da ist Muni-Box wir haben hier kann ich dann auch mal eine runde ballern nach und das kriegste ich wieder mit den dingen wenn der fix irgendwie nur an den gleichen stellen ja ich freue mich dann in der eck wir die ganze jetzt standet und nichts passiert ist er trotzdem einen abgepumpt einmal kostenlose schossen schießen wir uns alle oder würde ich das scharf schützengewehr nehmen wegen der munition meine erfahre nur noch ganz kurz ok der hat mich getroffen ja ich habe mich taler geheilt er sich davor gedrückt hat sich verarschen ich habe hier mein fehlen an jetzt direkt ich habe mich nix ich muss das nehmen au wo bist du jetzt will ich seine kostenlose halten schnell nein der ist dann zu tag ist kurz davor geschmissen ah kleine ganz viele kleine es kommt nur noch einmal wegen fast kein leben mehr es wird aber eine rote ausgelöst oder was wenn er das maul aufmacht da ja immer die heilung ich bin da jetzt ne klar so und jetzt müssen wir hinterher ne muni aufteilen alright ich bin nicht so jetzt gucken wir jetzt hinten oder halt da oben wir sind ja am anfang müssten wir jetzt alle draufschließen können erstmal glaube ich ja felix ich gebe dir noch heilung einmal also ähm das ding ist jetzt wenn es los geht hauen so ok ok da kotzt du ihn aus das ist so viel besser mit dem schnellen naheladen was hat mich jetzt getötet das teuer ist vielleicht geschlagen du darfst nicht ohnehin den tag entgehen ne ich hebe jonas hoch soll ich den debi nutzen ja mach das ok muss auch erstmal kurz drankommen ach ne ne du regenerierst ja kein leben freu ich nicht ich bin stark aus nö kann er nicht helfen ich bin zufrieden weit weg ja aufpassen ihr seid beide fast tot Cordob du bist der letzte der steht ach nö wenn du es schaffst kannst du ja vielleicht versuchen Tara hoch zu holen weil die macht ihr vielleicht ihre telepathischen Gefährdigkeiten es sind ja richtig gut ach du Schreiner seid so weit hinten ach du Schande das war's aber dieser liegt ja sogar noch oben ich dachte ihr seid wenigstens schon unten da wäre ich nicht zurückgekommen da hätte ich mir geschenkt Hala, rette mal die anderen mit. Äh. Ja, mach ich jetzt auch. Aber rette mich nicht. Hä? Was soll ich dich retten? Ich glaub zu spät, helf lieber Kor. Warum? Das hat doch noch gereicht. Da sind ganz viele Zombies. Ja, du helfst es. Und da komm ich nicht ran hinter dir. Ja, Talas. Rathap. So. Ach, der ist Talas übernimmt. Danke schön. Und jetzt abfahrt Felix, komm. Ach, ich sterbe an dem Plus. Ach. 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 Komm doch, ein Weg. Talas ist schon so wie gefordert. Hilf dir. Ja. Vielleicht hast du es geschafft. Ich weiß nicht, ob du siehst, aber... Ja, ich hab jetzt keine Schwamm-Dinge. Okay. Egal. Lauf mir oder wenn du es schaffst. Ja. Wart noch, jetzt! Jawoll! Lauf mal da! Oh! Das Ding noch bewegt sich noch. Okay, scheint nicht mehr. Yes! Ich habe es geschafft! Die anderen lagen noch am Eingang rum. Oh Mann! Nach dieser Sache kann ich ganz sicher nie wieder Nudeln essen! Ja. Stimmt. Nie wieder Nudeln. Na los! Verschwinden wir von hier! Ja! Raus hier! Komm schon! Ey, der hat doch gesagt, tot! Oh oh! Ja, was geht drauf! Geht drauf! Ja! Oh ja, genau! Die bringt's jetzt! Oh, die Felsen haben ihn gerettet! Was für ein Scheiße! Was meinst du, wie viele von denen es da draußen noch gibt? Ich weiß es nicht, aber ich finde es noch raus. Ha! Lass den Macho Scheiß! Jemand muss was unternehmen. Und dieser jemand bist du? Was macht dich denn so besonders? Na ihr! Ihr alle! Ich sag ja nicht, dass ich es allein mache, oder? Auf jeden! Hahaha! Scheiße! Dir kann man aber auch echt nichts übel nehmen, was? Ja, okay! Wir haben es im Team geschafft! Hört's was an! Ihr habt ja heute ne Bombenstimmung! Hahaha! Okay! Wie ist es durch? Nee! Habt ihr nicht was vergessen? Vielleicht sollte ich nach Bridgetown! Die bezahlen mich immerhin! Hahaha! Wirst du jetzt hier rumzicken? Oder kommst du mit frühstücken? Immer da, wenn sie mich brauchen! Aber fragen sie mir, was ich will, hm? Komme! Von euch hat nicht zufällig jemand Eier? Oh! Und Speck! Für Speck würde ich töten! Du passt voll in die Rolle, das ist so geil! Hahaha! 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 Klar, es ist jetzt ein Weifeschercharakter, aber ansonsten du passt voll da rein! So geil! Hahaha! Hahaha! Oh, schön! Hahaha! Hahaha! So, Jonas! Hahaha! Hahaha! Der ist bestimmt jetzt auch grad schon! Hahaha! Ne, tatsächlich nicht! Hat nichts ne Reichweine gehabt! Schade! Ne, die Lachkubipakun neben mir ist schon leer! Achso, okay! Ja! Hahaha! So geil! Alter, der hatte noch ein Millimeter Leben! Und ich hatte auch bloß noch vier HP oder so! Hahaha! So geschwitzt! Da hab ich das jetzt verpackt! Äh! Und ihr seht das dann meistens, da hab ich das verpackt! Ja, zu dem Zeitpunkt hättest du da nix mehr verpackt! Du hast ja davor uns gerettet und Jonas im nächsten Jahr fast da gewesen! Und dann in Millimeter hätte ich bestimmt auch noch geschafft! Achso! Ich weiß nicht welchen Zustand ihr wart! Und je weiter weg wart! Wusste ich ja in dem Moment gar nicht so genau! Ah klar! Wir haben ihn gesehen! Ah! Ah! Okay! Und wie viel Zeit hatten wir noch? Eine Minute! Ich glaube eine Minute ungefähr! Ah! Also wir wären noch drin gewesen! Selbst wenn ich in dem Moment dort gestorben wäre! Ja! Das hätten wir noch geschafft, denke ich! Das ist wahrscheinlich das Hauptspiel gewesen, oder? Bis dahin! Ich glaube ja! Ich bin grad nicht sicher! Ah ja! Ich denke das war das Hauptspiel und die anderen Akte haben sie dann nachgereicht später dann! Ja! Können gut sein, ja! Ich glaube das hat beim Zuschauen auch ein bisschen Fun gemacht! Dann könnt ihr natürlich wieder wie immer ein Like da lassen! Ein Abo sowieso! Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder! Ciao Leute! Ciao!